Ja, hallo und herzlich willkommen, hier ist euer Prognose Basti und ihr kennt mich ja unter Basti und aka Modern Consumer. Und ja, die Winterpause fängt jetzt quasi an, es ist ja jetzt noch der letzte Spieltag am Laufen, ich habe jetzt gerade eben noch die letzten Spiele geguckt. Und ich möchte jetzt einfach nur mal kurz drauf eingehen, was ich in der Winterpause vorhabe, habe ich ja schon angekündigt. Ich nehme natürlich gerne eure Vorschläge an und zwar soll es ja weitergehen, auch wenn jetzt keine Spiele mehr sind, möchte ich ja gerne FIFA weiterspielen. Und dieses Video ist jetzt einfach dafür gut, dass ihr unten im Kommentarbereich schreiben könnt, was ihr gerne sehen wollt. Und ihr könnt auch dazu sagen, was ich jetzt so sage, meine Vorschläge sind, dass ich einfach erstmal Freundschaftsspiele machen werde. Und zwar wurde ja schon einiges vorgeschlagen. Also ich würde gerne zum Beispiel hier Real Madrid gegen Barcelona spielen. Online natürlich gegen irgendeinen von euch. Es gibt ja diverse Leute, die mich bei Skype schon angeschrieben haben, mit denen ich spiele ab und zu. Dann kamen hier noch Vorschläge auf meinem Kanal. Jetzt schon Schalke gegen Dortmund. Ich weiß gar nicht, wann die in der Liga wieder gegeneinander spielen. Wäre mit Sicherheit auch interessant. Ich weiß allerdings nicht, könnt ihr ja mal sagen, wie ihr es gerne hättet. Soll ich es normal kommentieren, einfach normal spielen? Oder soll ich es auch richtig kommentieren wieder, so wie sonst, so wie ihr es kennt und von mir gewohnt seid? Hamburg gegen Bremen, natürlich auch das Derby. Bayern gegen Chelsea. Mal gucken. Also so internationale Spiele wäre ich auf jeden Fall eher interessiert, als Bundesliga gegen Bundesliga. Weil das seht ihr ja am meisten von mir. Ja, was gibt es hier noch? DFB-Pokal werde ich in der Rückrunde eher dann machen. Jetzt dieses Mal nicht mehr. Und ich gehe auch, ihr wisst ja auch Bescheid eigentlich, die meisten denke ich mal, ich mache nur drei Spiele pro Woche. Also pro Spieltag und das reicht auch, denke ich mal, aus. Bayern gegen Inter. Ja gut, das werde ich auf jeden Fall dann nächste, also nächstes Jahr dann machen zur Champions League. Dann war hier noch in einem anderen Video irgendwas, glaube ich. Virtual Pro, das geht natürlich auch weiter, werde ich weitermachen. Und was ich auch machen werde, also jetzt nochmal von vorne, Freundschaftsspiele, aber internationale Spiele will ich machen. Dann, ähm, Virtual Pro geht auf jeden Fall auch weiter. Nächste Woche wird es weitergehen. Und ich will, denke ich mal, noch ein Video über den Manager-Modus machen. Und außerdem noch über, ja, Torjubel, so Gestiken, keine Ahnung, denke ich mal, dass ich da eventuell auch was machen werde. Falls ihr noch weitere Vorschläge habt, wie gesagt, unten im Kommentarbereich mir schreiben. Ich lese mir das dann durch und, ja, ich werde dann aussuchen, was mir am besten auch gefallen würde. Hat hier sonst noch irgendwas? Ähm, zweite Liga finde ich nicht so interessant. Hier Düsseldorfer Wintercup, weiß ich gar nicht genau, was das ist. Aber sowas finde ich eher nicht interessant. Tut mir leid für die, die das gerne hätten. Ja, und das war's dann, glaube ich, auch. Also das waren jetzt so meine Vorschläge. Und wie gesagt, ich will jetzt das Video hier nicht zu lange gehen lassen, ne? Sonst ist ja auch nicht toll. Ähm, ja. Also ich würde mich über eure Kommentare und eure Nachrichten freuen. Schlagt mir gerne was vor. Und wenn mir das gefällt und wenn das alles ganz, ganz gut klingt, dann mache ich das auch. In der Winterpause, wie gesagt. Und ansonsten geht es natürlich auch mit anderen Videos weiter. Ich werde jetzt noch Battlefield Vietnam Videos hochladen. Black Ops und, ähm, ja, die andere Videoreihe starten. Let's Play, ähm, Star Wars. Aber dazu mache ich nochmal ein extra Video. Dann erstmal danke und posten, posten, posten und immer schön meine Videos bewerten. Das ist auch sehr wichtig. Darüber freue ich mich auch sehr. Und, ne, wir müssen, die Videos müssen weit oben sein. Das ist immer sehr wichtig. Okay, dann erstmal danke euch. Und ich melde mich. Ihr werdet weiter von mir hören. Euer Basti. Euer Basti.